Herzlich Willkommen meine Freunde zum Auflösungsvideo von Zappys Giveaway Nummer 8. Die Liste steht, ich hoffe ich habe keinen von euch vergessen. Ich gehe die ganze Liste mal durch. Wir haben hier Spitfire, Negativnase, Maestors King, Momo Games, Kelloggs HD, Kevin Matner, GamerJF, ich hoffe ich spreche das alles richtig aus, Dreist Gaming, Kailan LP, Klein Evo, TV Mercy, Nerus Spielstube, Konso, Avaloniak Productions, Tsukasa und René LPs. So, uns trennt eigentlich nur noch der Randomize Knopf vom Gewinner. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer hier Mirror's Edge Catalyst gewinnt und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, das Video soll auch nicht ewig gehen. Es ist ja nur ein Auflösungsvideo, von daher sage ich mal Randomize. Und der Gewinner ist Nerus Spielstube. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Du wirst im Laufe des Tages eine private YouTube Nachricht von mir bekommen. Ja, also ich werde dich anschreiben, dort drin wird der Code sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Mirror's Edge Catalyst. Sage wie gewohnt Kopf hoch an alle die nicht gewonnen haben, es wird auch weitere Zappys Giveaways geben. Wahrscheinlich nicht erst nächstes Jahr zu Weihnachten. Ja, da müsst ihr einfach mal die Augen aufhalten. Ab und zu werde ich mal sowas dazwischen schieben, wenn Zeit ist. Ja, ich bedanke mich trotzdem natürlich bei jedem Einzelnen fürs Mitmachen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Gewinnspiel, auch wenn ihr vielleicht leer ausgegangen seid, was ja nun mal der Großteil ist. Und ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen als vielen lieben Dank fürs Mitmachen und fürs Zuschauen. Rinje hauen, bis zum nächsten Mal.